Hey, mein Name ist Kira Groh und mein neues Buch heißt Halb 3 bei den Elefanten, weil genau da für meine Hauptperson Max die ganz große Liebesgeschichte beginnt. Bei einem Date um Halb 3 am Elefantengehege im Zoo. Mich würde interessieren, wenn ihr eure größte Liebe nach dem Ort oder Zeitpunkt benennen müsstet, an dem sie begann, wie würde eure Geschichte heißen? Ich freue mich ganz doll auf eure Antworten und wünsche euch viel Spaß mit Halb 3 bei den Elefanten. Vielen Dank.